Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen an diesem schönen Sonntagmorgen, der kurz vorm Weihnachtsfest besteht und auch kurz vor der Vollendung unseres Adventskalender-Specials dieses Jahr das einläutet. Heute ist nämlich der 22. Dezember und wir haben nicht mehr viele Türchen übrig, wie man hier hinter mir sehen kann. Unsere Reise heute führt uns der Weihnachtszeit entgegen und nach Afrika. In Afrika gibt es auch Weihnachten, oh ja. Lasst uns mal gucken. Ägypten, die koptische Gemeinde. In Ägypten feiert Weihnachten am 29. Tag des koptischen Monats Kiak, was im gregoranischen Kalender den 7. Januar entspricht. An diesem Betrag werden traditionelle Speisen verspeist, zum Beispiel das Zalabaya, das ist ein Gepäck, und den Buri, ein Fischgericht. Und ihr seht wieder diese Assoziation zum Christentum auch wieder ein wenig. Fisch, das war ja auch früher das Erkennungszeichen, wo die noch im Underground hingen. Denn ganz früher waren das Christenzeugs auch nur eine Sekte am Anfang und dann waren die im Underground und wurden verfolgt etc. Und die haben als Erkennungsmerksmal immer den Fisch genannt oder gezeichnet etc. Also, der 7. Januar ist auch gesetzlicher Feiertag in Ägypten. Nach der Mitternachtsmesse gibt es ein großes Bankett und gezuckerte, leckere Kekse mit einem in Kreuzforn, die heißen Kack. Okay? Nach dem Baguette oder nach dem Bankett beginnt erstmal eine 14-Tage-Abspeckungskur. Äthiopien haben wir auch noch im Angebot. Die äthiopisch-orthodoxe Christen-Koop-Tischer-Prägung, oh Mann, feiern Weihnachten am 29. Tag des äthiopischen Monats Tachschas. Im gregoranischen Kalender ist das auch wieder der 7. Januar. Das Fest beginnt damit, dass in der Nacht zum 7. Januar, also vom 6. und 7. orthodoxe Christen, eine Mitternachtsermesse feiern. Also auch wieder der Mitternachtsparty-Gag. An diesem Tag bereitet man dort auch Brotfladen vor, die heißen Ingera und isst sie mit verschiedenen Gerichten aus Rind, Lammgeflügel und Kalbfleisch. Oh, das orthodoxe Weihnachtsfest ist in Äthiopien ein Feiertag, der von mehr als der Hälfte der Bevölkerung dort begangen wird. Cool, oder? Also ihr seht wirklich, jetzt sind wir sogar schon in Afrika angelangt. Es ist nicht mehr weit bis zum letzten Tag, bis wir das letzte Leckerchen hier aus unserem Adventskalender rausbekommen dürfen. Und ich glaube, gestern war auch der letzte Weihnachtsmarkt, den ich dieses Jahr besucht hatte. Das heißt also auch, das Weihnachtsranking dieses Jahr steht kurz vor der Vollendung, habe mir sogar noch extra ein neues Mikrofon angeschafft. Mal gucken, ob das, weil das wird das erste Video sein, wo das Mikrofon zum Einsatz kommt, mal gucken, ob da der Sound noch besser ist, als wie ihr gewohnt seid. So, zum Auffuttern diesen Tages. Wir haben also den 22. Dezember morgens früh. Es ist noch früh. Meine Männergrippe krepiert immer noch in mir. Aber es wird schon besser, auch wenn meine Nase jetzt kaum noch Berührung aushält, weil überall alles wund ist. Aber bis Weihnachten schaffe ich das, wieder wegzubolzen. Alles klar? So, wir gucken. Hier ist der 24., da unten ist der 23. für morgen und hier ist der 22. für heute. Wir öffnen den 22. und schauen uns an, was drin ist. Das ist das dritte Mal, dass wir dieses Produkt in den Händen halten, obwohl es ein sehr leckeres Pralinchen ist. Es ist mit Vollmilchschokolade ummantelt, hat ein wenig Zartbitter, wie ihr seht. Und wir beißen mal wieder rein. Und drin haben wir auch eine knusprige Füllung. Ja, wie immer lecker. Mein Geschmack kommt langsam wieder. Ich habe sogar den Backfisch gestern wirklich gut geschmeckt. Auch wenn ich gestern ein Stück vom Backfisch auf den Boden geschmissen habe. Nur leider war der Boden so dreckig. Ich konnte es nicht aufheben. Auch die Sieben-Sekunden-Regel konnte ich nicht ganz durchziehen. Deshalb musste er dann leider weg. Ich traue heute noch. Es war so groß. So groß. Das Backfischstück. Ich traue ihm wirklich nach. Und das Spießbratenbrötchen war so fettig, sag ich euch. War die Dampfnudel. Diesmal war die Dampfnudel sogar ein bisschen mit Zimt veredelt worden und hat dadurch noch einen weihnachtlicheren Touch als wie beim letzten Besuch. So. Wir werden diesen gechillten Sonntag jetzt benutzen, um uns noch ein bisschen Weihnachtsspeck anzufuttern. Denn mit Pumpen ist ja nichts. Die Männergrippe ist ja immer noch akut. Also werde ich ein ganz schönes Schweinchen werden jetzt. Mann! Aber so ist das halt. Dann sage ich für heute, habt einen schönen vierten Advent. Denn heute ist ja Sonntag. Das bedeutet, die vierte Kerze brennt an eurem Adventskalender hoffentlich. Sei es ein LED-Lichtlein oder mit einer echten Flamme. Wie ihr wollt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und ich hoffe, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.